Hallo und herzlich Willkommen zu Outlast Whistleblower. Wo Fetty McFetfett uns gejagt hat die ganze Zeit. Aber der scheint momentan nicht anwesend zu sein. Tatsächlich. Wir gehen auch den gleichen Weg. Da musste hier irgendwie... Hier sind wir dann reingegangen. Oder rechts und da gab es dann irgendwie so Röhren oben wieder. Sicher bin ich mir nicht. Also es kann sogar sein, dass wir momentan... Ich weiß nicht wie das funktionieren soll ehrlich gesagt. Wir haben den Miles Upschur Bescheid gesagt. Ganz am Anfang in der ersten Folge. Schade man sieht uns nicht. Wir haben den Bescheid ge... Kinder Miraculi ist fertig. Wir haben den Bescheid gesagt in der ersten Folge. Und jetzt scheint es so als wären wir bereits hinter ihm. Als hätte der uns überholt sozusagen. Also irgendwie muss die Wahrnehmung von uns selbst irgendwie... Falsch sein. So, da kommen wir jetzt zurück. In diesen Dingensbereich. In den Hauptbereich. Ich weiß jetzt aber nicht wo wir langen müssen. Hier ist alles verschlossen. Recreation Hall. Und auch hier ist alles verschlossen. Es geht stark dem Ende entgegen. Und ich habe keine Ahnung wie lang... Das hier noch geht. Library. Da ist die Bibliothek. Und hier... Schäpel. La la la. Willkommen zurück. Bei Outlast. So, wir müssen wahrscheinlich den blutigen Spuren folgen. Ich mache das natürlich wieder nicht. Ich habe fast das Gefühl... Ich habe fast das Gefühl, das sind die Fußabdrücke von... Von uns aus Outlast. Das sind wahrscheinlich unsere eigenen Fußabdrücke. Hier kommen wir nochmal an die Bibliothek. Aber jetzt ist das Ding hier... Zu hoch. Voll erschrocken gerade. Und wir kommen hier auch nicht mehr rein. Hier ist alles abgeriegelt. Das müssen dann wahlweise die Polizisten gewesen sein. Normalerweise kam man nämlich rein. Und eigentlich sollte man das DLC tatsächlich vor dem Hauptspiel spielen. Wobei es nur ein Quäntchen Vorgeschichte enthält. Und ansonsten Parallelgeschichte. Wir können jetzt da rüber oder wir können jetzt da rein? Okay, wir können nicht da rein. Und hier ist alles abgeschlossen. Also gehen wir. Ich habe das Gefühl, entweder eine Kirche... Oder wir landen nochmal unten in den Laboren. Zum Ende von Outlast. Das wäre natürlich super geil. Wenn das passieren würde, das wäre mega. Würde ich extremst feiern. Ich weiß nur nicht genau, unter welchen Umständen das passieren würde. Wo soll ich denn jetzt lang gehen? Das sind zu viele Optionen. Oh, schön. Hier kommt man nicht raus. Hier kommt man nicht raus. Da vorne am Eingang. Ich gehe da aber noch nicht hin. Mit dir mache ich bestimmt einen Deal. Oh, ja. Vielleicht machen wir ihn zur Braut. Oder zur Hauptspeise für Peter von Frosta. Wie wohlschmeckend der aussieht. So zart. Erst die Eier ab. Dann heiraten. Dann Hauptspeise. Das wär's doch. Jeremy Blair. Jeremy Blair. Jeremy Blair. Der Vorgesetzte meines Vorgesetzten. Ein Mann, der mich hätte häuten, mit Salz bedecken und vergewaltigen lassen, wenn es eine Beförderung und ein paar Martinis bedeutet hätte. Verletzt. Sterbend, wenn er nicht schon tot ist. Ich bemühe mich, ihn zu bemitleiden. Tue ich wirklich. Aber nie im Leben lasse ich mich von ihm davon abhalten, von diesem Gott verlassen Nord zu flüchten. Ich komme nach Hause, Lisa. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass Lisa uns eventuell nicht erkennen wird. Und bevor wir jetzt zu Jeremy Blair gehen, gehe ich noch mal kurz in den Keller. Ach, ich erinnere mich an spaßige Zeiten, die wir hier unten hatten. Mann, nur, da kommen wir gar nicht durch. Da wohnte doch der Fette mit den Ketten. Da kam der doch her ursprünglich. Da haben wir noch kennengelernt. Und lieben natürlich. Wir kommen also nirgends durch, außer natürlich... Ja, von da kommen wir ja. Und natürlich kommen wir wieder nur in eine Richtung. Okay. Ich glaube, er soll mir recht sein. Ich schaue noch mal ganz kurz. Können wir hier vielleicht in diese Räumlichkeiten rein? Nee, ne? Da kommen wir nicht rein. Dann schaue ich noch mal ganz kurz. Hier hat wahrscheinlich... Nee, hier gibt es auch keine Akten mehr. Der Typ sitzt immer noch seit Outlast da. Das kennen wir ja alle schon. Ach, schade. Ich dachte, hier können wir vielleicht noch was reißen. Ich will noch nicht zu dem hin. Ich will mich erst mal ein bisschen umsehen. Was mich angeht, kann der Typ verretten. Äh, verrecken, meine ich verretten. Warte. Wo geht's denn hier? Ach, ins Klo kann man... Buh, wo ist das? Mexikanische Wochen bei McDonald. Okay, warum wir hier aufs Klo können, weiß ich nicht. A 105. Wir haben sechs Batterien. Ich fülle mal eine nach. Da kommen wir jetzt auch nicht mehr rein. Ich weiß, es ist unvermeidlich, dass wir gleich zu dem Typen hingehen. Zu Jeremy... Aber momentan ist mir grad danach vorher noch zu gucken, weil ich habe das Gefühl, sobald wir diese Tür durchschreiten, sind wir tot. Schrägstrich in der Freiheit. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall wird wahrscheinlich das DLC dann vorbei sein. Das heißt, die Folge wird leider auch etwas kürzer. Dafür kann ich leider nichts. Hier ist noch eine Wache. Und die Sonne ist aufgegangen. Ist das die Sonne? Das muss die Sonne sein. Guck mal. Wir haben die Nacht überlebt. Ich hoffe nur, dass... Wie spät ist es denn gerade? Die Nacht überlebt ist gut. Es ist 20 nach 9. Ich weiß aber nicht, ob a.m. oder p.m., also tags oder nachts. Das weiß ich nicht. Na gut, da wir keine andere Wahl haben. Hochklettern können wir hier auch nachts... Bitte? Du Drecksack! Boah! Boah, was? Näh! azar- Jaaaa. Das war Miles. Ich weiß, dass es Miles war. Danke, Malt. Ich muss aufstehen. Ich muss raus. Ich muss zu Lisa. Und die Welt warmen. Nie wieder, Mount Plain Massif. Nie wieder, diese Hölle. Naja, wenn wir schon mal hier sind. Und da wir noch ein paar Minuten Zeit haben. Na komm, lauf, lauf, lauf. Ist das schön, wenn die Sonne aufgeht. Geliebte Sonne. Geliebter Gasriese. Wie wohltuend deine wärmenden Strahlen sind. Ich komme mir grad ein bisschen vor. Ist komisch, es ist nur ein DLC, aber ich komme mir trotzdem so ein bisschen vor. Vielleicht liegt es auch in der Musik, ich weiß es nicht. Ein bisschen wie beim Ending von Bioshock Infinite. Nicht ganz so, aber nur ein bisschen. In die Wagen rein können wir nicht. Signale senden können wir auch nicht. Au. Und eigentlich müssten wir hier durchkommen, weil Miles... Ups, sure. Der Miles ist ja hier auch durch. Wir erinnern uns. Ganz am Anfang von Outlast ist er genau hier durch. Und wir können es offenbar auch. Und wir befinden uns jetzt tatsächlich ganz am Anfang von Outlast. Und hier ist sowieso verschlossen. Opsa. Au. Kaputtes Bein, kein Problem. Ist da Blut auf dem Boden? Eine Leiter liegt auf dem Boden. Und ich glaube, wir kommen hier auch nicht mehr hoch. Ich glaube, die Leiter hätte dort noch anlehnen müssen. Die Leiter, die hier liegt, müsste hier anlehnen, damit wir da hochkommen. Hup. Ja, ne. Ich kann da nicht hochspringen. Ist einfach zu hoch. Das heißt, wir kommen nicht wieder zurück in die Anstalt. Es war ein Versuch wert. So. Und nun. Endlich. Verlassen wir diesen unheiligen Ort. Geschändet. Missbraucht. Aber die Frage ist. Was wird aus Miles? Was wird aus der Anstalt? Und wie kann man den Wall Rider eindämmen? Aber das Erste, was wir wollen, ist zurück zu unserer geliebten Frau. Zurück zu Lisa. 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 Ich komme. Hier steht sein Wagen. Der Morgen bricht an und... Miles ist bestimmt schon tot. B67 294. Immerhin hat er unser Leben gerettet. Wir werden das Beste tun. um ihn noch immer zu behalten. Um ihn noch immer zu behalten. Der Schlüssel steckt. Miles ... Vorher ist er eine Frau Victor Roberto. Hermann! In dem libro ist ... Mike? Es excited nicht. Sagt, wie es weitergeht. Drücke linke Maustaste, um das Bildmaterial hochzuladen. Ja, wir können nichts anderes machen. Wir sind, glaube ich, im Krankenhaus. Wir haben normale Klamotten, einen kleinen Kartoffelsack. Und wir drücken auf Upload. The Red Barrels. Tja, Freunde, und das war also das DLC Outlast. Whistleblower, der Verräter, der Flötenspieler, der Würstchenbläser, die Braut, das Opfer. Und ich muss sagen, für ein DLC bin ich echt sehr positiv überrascht. Ich meine, 9 Dollar hat das gekostet. Also 8,99 Euro oder so. Ist natürlich ein Preis. Aber dafür kriegt man auch tatsächlich ein bisschen was fürs Geld. Ne, also 10 Euro für Daylight. Da kann man bei 10 Euro für Outlast, für das Outlast DLC nicht meckern für Whistleblower. Ähm, war auf jeden Fall mehr Content drin. Wir haben alle nochmal wieder gesehen. Alle unseren geliebten Leutchen. Wir haben die, äh, 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 die Lümmelmänner haben wir wieder getroffen. Wir haben Fetty McFetfett. War kurz zu sehen. Ich frage mich aber trotzdem, wer war eigentlich, wer war der dritte Patient? Wer war der dritte Empfänger für den Wallrider? Ich habe so das Gefühl, auch dadurch, dass wir was hochgeladen haben und auch dadurch, dass wir entkommen sind. Es gibt noch einen Wallrider. Den gibt es noch. Der ist ja nicht einfach plötzlich weg dadurch, dass wir entkommen sind. Und, ähm, es gibt auf jeden Fall auch noch unseren Hauptdarsteller, unseren Protagonisten. Der ist auch noch am Leben. Und er wurde, in diesen zwei Stunden auf dem Stuhl wurde er ja auch behandelt. Der hat am Anfang diese Hallus gehabt, die ganze Zeit. Die haben später nachgelassen. Aber wer weiß, ob das vorbei ist. Wer weiß, ob da nicht noch was drinsteckt. Und die Anstalt, naja. Ich meine, die Küche hat gebrannt. Und, ähm, was auch gebrannt hat, war natürlich die Pfarrerei. Also die Kirche hat auch gebrannt. Aber die Anstalt an sich, die steht ja noch. Das heißt, es würde mich nicht wundern. Es würde mich überhaupt nicht wundern. Kehrten wir eines Tages zurück. Bei einem Outlast 2. Zurück nach Mount Play Massive. Aber, das dürfte dann wieder etwas intensiver werden. Und ich frage mich, wie viele Patienten kann die Anstalt noch haben? Nachdem alleine schon der Typ, der sich eine Braut gesucht hat, der hat ja, glaube ich, schon ein paar Dutzend einfach an der Decke hängen. Die müssten ja eh bald alle tot sein. Die bringen sich auch alle gegenseitig um. Und warum? Ja gut, warum wollte der Wallrider uns am Ende töten? Zuerst hat er ja den, den Typen getötet, ne? Diesen komischen Cooperative. Den Blair. Den hat er zuerst getötet, um uns entkommen zu lassen. Aber warum ist er dann hinter uns nochmal hergestapft? Das verstehe ich nicht. Denn, der Miles Obscur, ne? Der Reporter, der wir im Outlast waren, der wollte ja unbedingt auch die Sachen aufdecken. Und schade finde ich, dass wir die Sachen von Miles nicht bergen konnten. Das wäre nochmal schön gewesen, wenn man jetzt im DLC nochmal die Sachen, die Miles aufgedeckt hat. Ne? Die ganzen Krams aus der Kamera und so. Der wurde am Ende einfach weggesnackt vom Wallrider. Beziehungsweise natürlich auch von den Soldaten wurde er erschossen und dann aber vom Wallrider so oder so gerettet. Und, ach guck mal hier auf Französisch. Und da wäre es nochmal interessant gewesen, wenn wir seine Sachen und seine Kamera auch nochmal gerettet hätten. Das wäre auch nochmal mega interessant geworden. Aber egal, das DLC auf jeden Fall sein Geld wert. Und ich finde es ziemlich geil, dass wir nur am Anfang die Vorgeschichte hatten und ansonsten die ganze Zeit parallel mit dem Miles durch die Anstalt gelaufen sind. Mich hat es auch gefreut, wenn wir tatsächlich noch einer der Insassen geworden wären. Aber das ist natürlich eine andere Geschichte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Horrorspiel wieder. Das war Outlast Whistleblower. Und das nächste Spielchen steht bestimmt auch schon parat. Vielen Dank fürs Zuschauen nochmal. Und Tschüss. Tschüss. Tschüss.